Oh ja, ja, hallo, genau, ähm, heute werden, wie zeige ich euch, einen Spieler, ja und zwar ein Ultimate Team, und da hab ich einen coolen Spieler gezogen, und zwar biete ich den jetzt an, der heißt Könnecke, ähm, da kommt, spielt bei Aue, ist ein Deutscher, und ja, der hat ein Tempo von 93, und ja, schießen kann er 60 gut, passen 61, Dribbling 65, Kopfball 62, Fitness ist auch noch auf 99, hat einen Vertrag von 12, hab ich aufgewertet, und das passen hab ich auch aufgewertet, ja, ich biete den für Startpreis 8500 an, und 15.000 Sofortpreis, und ich hab noch ungefähr, ich schätze mal 4 Stunden Zeit, wenn ich das Video hochgeladen hab, jo, das war meine Ankündigung, ja, 93er Tempo, also der geht ganz schön ab, würd ich mal so sagen, jo, dann schau, wenn ich das nächste gute Angebot hab, dann mach ich mal wieder ein Video.